Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Zelda Majo West Ja Leute, im letzten Part haben wir schon mal die meisten Fähigkeiten wieder eingesammelt Es sind jetzt vielleicht noch vier Ungefähr Ja Ja und dann werden wir auch jetzt gleich weitermachen Wir sind da stehen geblieben, wir haben einen Raum gesucht, wo wir Für, ja halt die Schneemenschen finden Und das werden wir jetzt auch tun Schneemänner Solche komischen Gräfer Die wir jetzt suchen wollen Hier sind wir falsch Und ja Das werden wir uns auch heute genehmigen Und So Auf jeden Fall geht's hier weiter hoch Okay Mehr wollte ich nicht wissen So Oh ne Wow 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 Nein bist du nicht Ich weiß Mann da muss man lang Verdammt Vielleicht wollte ich auf die andere Seite Die 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 Das schaffen wir Das schaffen wir nicht Nach dem zweiten Tag ist es 356 Stunden. Das werden wir schaffen. Nein, das mache ich da eigentlich. So, jetzt aber. Endlich. Das wollte ich haben. Yay. So. So. Weeeee. Tsh tsh tsh. Was? Deem de-dem. Bambam. Nein nein nein. Nein nein nein. Ich kenne den Trick. Ich kenne den Trick. Ich kenne den Trick. Da unten auf der Karte sieht man nämlich immer. Wo der das auftraucht. Okay. Okay, ich sollte mal auf die normalen Pfeile wechseln, weil die ja bekannlich ausreichen. Hallo! Hallo! Alle! Hallo! Alle! Alle! Er multipliziert sich! Ja, ich hab dich auch getroffen! Ich hab dich auch getroffen! Ja! Das ist mir nicht. Auch nicht! Warum? Warum? Mann! 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 Fisch! Da war mal die F dread drin... Aber... Baradadam Und los! Jesus! Stolp! Stolp! Und! Flup! So! So! Ich bin männlich! Ich bin ein Koron! Ich muss männlich sein! Okay, im nächsten werden wir irgendwie vollkriegen. Ich mach mal eben, sicherheitshalber, einen kleinen... War das da? Ja, da war das. Einen kleinen Safe. Speichern da. So! Jetzt nehmen wir die Maske nämlich ab. Und... Seht ihr da unten den Fälschvorsprung? Jijijin! Jijijin! Ganz genau hinkommen! Wenn es gerade ein Laden würde. Da! Und! Ui! So! Obwohl, hier waren wir glaube ich schon mal. Ich bin mir grad nicht sicher, aber ich glaube hier waren wir schon mal. Ein viertel Fehl. Dies ist Nummer 12. Und schuss! Wisssssss. Abtauchen und... Schuss! Und! Pein lassen! Zschschschschschschschschschschschschschschschsch. Ah, ich mag es für sie. Der war super für meinen Mund. Für meinen Mund. So. Das sieht auch schloss aus. Ähm. Ich hab auch gar keinen Schlüssel. Hm, hm, hm. Dü, dü, dü. Ba, 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 ba. Usch. Nochmal. Usch. Und. Na, räumen wir schon. So. Den, den, den. Den, den, den. Ich hätte da gerne hin gewollt, aber es geht noch nicht. Ah. Wir müssen da hoch. Ich brauche einen Schlüssel. Hier haben wir alles, hier haben wir alles. Da oben wäre noch was. Und da ist auch noch was. Also, abseilen. Und hoffen, dass... Okay, es ist nicht schwer zu treffen. Und jetzt machen wir in diesen Raum da. Und ich weiß gar nicht, wo der Raum ist. Das ist mein Problem. Okay, hier ist der Raum. Ähm. Ich glaube, wir müssen die Sachen besiegen hier. Und ich war da zweimal angeschrieben. So. Eck. So. Bam, bam, bam. Bam, bam, ba-da-dam. Dam, dam. Voll, 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 voll den Wurm. Warum gibt's was für das Overpass? Ist das das? Ein Wurm, der einem in die Ohren beißt. Ist, ist, ist. Ist das nicht wahr? Ist das nicht wahr? Ich war wirklich verwunderlich, dass ich überhaupt nicht singen kann. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es total normal. Äh. So. Und. Dösch. Und, äh, den Schüssel, den wir gesucht haben. Okay, wieder hoch. Mann, dieses... Wir werden hier durch den ganzen Tempel gehetzt. Und geheilt. Teilweise geheilt. Teilweise geheilt. Teilweise geheilt. Keines brauche ich noch. Danke. So. So. Baba, Baba. jemand Nee, 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 nee. Okay, hier sind diese komischen Teile, die hier. Lebt da noch einer? Ne. Okay, die können wir da jetzt ran. Also, da müssen wir hin. Dann kommen wir dann ran. Die einfach ranballern? Ich weiß ja nicht. Link! Nein! Ach Gott. Ändert sich die... Link! Ich muss die C-Button oder so umstellen. Okay, wir können sie total deppern. Aber es fängt ganz aus. Sie wachsen so wieder nach. Ich weiß nicht, wie wir rankommen. Außer, dass mir das fast alles um den Kopf fällt. Aber ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie wir rankommen. Ist definitiv da. Okay, vielleicht sollen wir einfach nur die Feenmaske einsetzen. Vielleicht kommen sie dann automatisch. Ja, ich weiß nicht. Okay, ich weiß ja. Okay, ich weiß ja. Ah, so ist das, okay. Okay, eine verhörte Fähigkeit ist Nummer 13, fehlen uns noch zwei, das will ich nach diesem Grad machen. Ehh, ein Reptil in dem Raum und dem ein paar Schlüssel, ein 14 beziehen. Also müssen wir jetzt ganz nach oben. Okay. Okay. Gut. Gut. Okay. Ich sag jetzt die ganze Zeit, okay, okay. Okay, hier ist der Stahlfass, den wir brauchen. Zwei Stahlfass. Aua. Einer. Arsch. Arsch. Klauen. Arsch. Klauen. Arsch. Klauen. 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 Eine vierte Fähigkeit ist Nummer 14. Und dann rum. Okay. Okay. Bam. Okay, geschafft. Wir haben alle geschafft. Ihr habt alle Fähigkeiten gefunden und jetzt müssen wir wieder rausgehen und wieder reingehen, damit wir nicht. Okay, Leute. Aber wir haben es geschafft. Aber jetzt müssen wir uns noch holen, was wir dafür bekommen für den Goody. Deswegen schließe ich mal mit dem Bowser, wo ich das rausgefunden habe, damit niemand merkt, dass ihr nicht nachgeschaut habt. Aber ihr müsst es fliegen. Bringen sie fast zu der Fähigkeit, die in gleichfarben Glanz erstrahlt. Das ist Taktik pur, nicht? Äh, so. Und. Ui. Go. Und. Ui. Ui. Und. Dam, dam, dam. Okay. Gut. Denn. Würde ich sagen, dieses Rute wurde geschafft. Wir haben hier alle verdammten Fähigkeiten gekriegt und würde sagen, wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, würde sagen, würde sagen. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt endlich hier verdammt nochmal rausgehen und Avira sich kurzzeitig nochmal melden musste. Ja. Avira. Nech. Böses Avira. Warum tust du sowas? Ich weiß es nicht. Sie war nicht. Lauf. Dämt, indem. Wauwauwau. Woh. Ich wollte das nicht runter. Da wollte ich da nicht hin. Hier wollte ich hin. Auf eine defense. Wie cool. Ämmm. Und. espa Guroni. Tag. und so und jetzt müssen wir hoch und dann haben wir die große Magiefähigkeit und dann sind wir ganz stolz und haben es geschafft und dann müssen wir im nächsten Part den Boss blenden gehen wir zumindest auf den Weg zu den Boss und blenden den hoffentlich und braucht nicht nochmal 60.000 Parts so ähm und ich bin da durch lass mich durch Dün 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 ich fall hier einfach runter ich bin ein Goronik ich bedarf das warum krieg ich Schaden wenn ich im Schneeflieger und Goronik bin ich bin total Goronik ja 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 Goronik ist sehr mit Spaß und das ist auch gut so weil das war krass ah man diese kleinen blöden Bälle warum bleibt ihr nicht an ich hab euch doch gar nichts getan Hallo Spitzmusik jetzt hinten wieder anguck wieder anguck hallo 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 ich hab alle Feen wohl verdient wohl verdient was hallo hallo ich hab grüne Haare als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich deine magie den magieischen Kräfte verstärken hey ich darf endlich mal mehr zaubern hallo hallo bämm 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 hallo Kami hallo Gengidama Deine magischen Kräfte wurden verbessert ab sofort steht ihr die doppelte Menge an Zauberkraft zur Verfügung besuche mich wie jeder wenn die Staubarztin anreist zischt mir auf deinen Schultern Lasten und was willst du denn machen du willst doch nichts Böses mit mir machen dann oder naja Leute ich würde sagen dass der Bildschirm schon mal so macht äh Part Ende los danke ok Leute wir freut mich dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns im nächsten Part bei hier auf Warnetsplates und bis dann tschau